Jo Leute, was geht heute? Jetzt kommen wir zum nächsten Vlog. Heute sind wir wieder am Stuntwork. Heute gehen wir aber auf die Fähigkeiten Parcours. Heute gehen wir auf die Fähigkeiten. Wir können das machen. Alle, komm mal. Yo! Oh, nice. Komm, 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 das ist dasselbe wie gerade. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Komm, du schaffst das. Ja, nice. Das war gar nicht geplant, das ist irgendwie voll geil, Alter. Das ist Spontan-Modus, Digga, Alter. Digga, das war einfach so spontan. Das ist krass, das ist geil, Alter. Vor allem auch direkt auf Video, Alter, das ist geil. Oh, wie geil. Das ist geil, ey. Das ist richtig spontan. Das ist geil, Alter. Das ist geil, das hat so Lust. Nice! 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 Nice!